hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge black ops 3 zombies mit dem herr und das kann doch nicht wahr sein das kann doch nicht wahr sein boah alter nicht Ergon kannst du doch nicht machen nicht am Anfang so jetzt hat er mich wieder nicht greifen lassen oieieieiei der mutter halt versuchen hat er das schwert abzugraben oieieieiei schaff mal bin überzeugt davon das wir euch das mal zeigen Aua! Oder ich musste den Stift noch einsammeln hier. Pfff. Instacill. Hast du? Ja. Gut, wie immer mache ich das erste Ritual. Wie gesagt, immer schön im Kreis laufen. Ich bin eigentlich hinten da drin im Häuschen. Äh, äh, doppelte Punkte, glaube ich. Glaubst du? Glaub ich, ja. Oha, warte mal ganz kurz, lenke mich nicht ab, ich wurde gerade angetippt. Ja, Doppel Points. Was lag unten drin? Doppel Points. Doppel Points. Nein, 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 nein! So, erste Ritual fertig. Ist natürlich immer das Easy-Ritual, glaube ich. Aber eigentlich sind alle Rituale leicht, wenn man sie so schnell wie möglich macht, ne? Soll ich mich um Schwert kümmern? Ja, ja, ja. Haben wir doch gesagt. Okay. Weil dann würde ich nämlich jetzt erstmal hier hinten aufmachen. Zack. Weil ich mach das gern... Weil ich mach das gern von hier hinten. Machst du das gern von hinten? Ja, ich mach's gern von hinten. Okay. Von hier hinten. Wo ist denn eigentlich die Truhe? Nicht hier. Schade. 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 So. Und eigentlich hier oben. Cola. Ich bräuchte mal so ein paar viele Zombies. Wär echt, äh, nicht schlecht. Weil die spawnen anscheinend alle bei dir, ne? Ich hab hier gar nichts. Echt? Ach doch, hier einer. Doppelte Punkte! Ja, mach doch bitte Punkte an. Ich hab keine Zombies hier. Ja, ich hab einen gehabt. Das war der. Oh, da ist einer. Achso, ich mach'n, mitsch. Mach's noch mit Ritualgeistern, mit Doppelpoints, ne? Also doppelt nix. Achso, bist du im Ritual drin? Ey, die, ich bin gut aufgeholt. Weil dann, dann kriegst du ja trotzdem, äh, 20 oder 10 Punkte. Ne, du bist gar kein Goldfliegengeister. Echt? Goldcoins. Das ist Paypal-Punkt, der weiß wie sicher was das ist. Okay, ich hab ne Spritze. Mehr als Digimon-Taller oder was. Ich hab mir ne Spritze gezogen. Ach, siehst du, ich hab auch noch keine. Wolltest du mal ne Waffe? Ja, das wäre... Oder Munition. Okay, ich mach mal hier dieses Türchen auf. Ey, wo ist denn der Zombie? Hier ist einer. Ei. So, dann geh ich mal hier hoch. Wo ist das unentdeckte Entdecken? Das unentdeckte Entdecken. Na, wo bist denn du eigentlich? Was hast du denn da aufgekauft? Oben am Zug, äh, am Schild hinten. Ach, die drücke hast du auch. Ja. Ich hoffe, dass jetzt hier ein paar Zombies kommen, damit ich hier wenigstens mal einmal antippen kann. Oh, Alter. Das war jetzt... Ich hoffe, das hat jetzt keiner gesehen. Doch. Hat's nicht. Können wir auch irgendwer, den wir jetzt anschauen. Hat niemand gesehen. Ganz einfach. Mach das dann mal ein Zeitlupe, bitte. Ja. Okay. Kommt. Jetzt. Die, 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 die. Halt, blöd, Zombies. Die, 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 die. Ich hab ein paar Zombies, das... Schmessern die alle weg, ey. Ja, ich brauch Kohle. Ich hab immer keine Zombies. Ich hab immer wo so eine Pistole. Ach, das schluss ist tot. Okay. Nee, hast du nicht. Lüg mich nicht an. Ah, trotzdem muss eine Pistole. Du versuchst mich mit dir runter zu ziehen? Ich hab immer noch keinen Zombie gesehen, die Runde. Echt? Das ist übel. Ich renne hier durch das Gegenteil. Ich messer hier gerade alle Zombies. Die sind alle bei mir gespawnt. Aber egal. Ja, dann kann ich mich schön ums Schwert kümmern. Na super. Dann ist das nächste Runde am Fußpistole. Mach keinen Schäum. Ich lass mal einen Zombie jetzt hier übrig. Von hier oben sieht die Stadt viel besser aus. Von hier oben sieht die Stadt viel besser aus. Fünf Pflanzen. Äh, Pflanzen. Voll ja keine Ahnung. Was macht denn jetzt tot? Hast du einen Zombie? Nein. Gar keinen? Hab ich hier einen letzten? Das kann doch nicht sein. Jetzt ist er bei mir gespawnt. Okay. So, dann machen wir mal eine Runde Zug. Ach ja. Wir gucken uns doch mal die Fenster an. So. Okay. Dreieck, zwei kleine Dreiecke, Strich, großes Dreieck. Das ist für eine andere Nimmstelle. Du 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 du. Du 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 du. Nur ein Weihnachtsopfer geht in Rund. Okay. Ich hab ne neue Runde und ich hab bloß Revolver. Läuf bei dir! Nicht! Ich soll dich die ganze Zeit mit dem Zug fahren. Zumindest kann ich dann immer sehen von wo sie kommen. Ich kann gleich weiterfahren? Uh, los geht's! Dadurch das die Runde zu Ende war, konnte ich jetzt nochmal... Konnte ich jetzt gleich weiterfahren. Ja. Ja, ja. Jetzt muss ich noch das letzte. Buddybidip. Buddybidip. Müsste jetzt hier kommen. Boah, das ist ja easy. Das ist ja easy. It's easy. Ich fahre nie mit dem Zug. Da drin stinkt es nach Dickey. Äh, ja okay, muss ich jetzt hier aufmachen. Ist aber nicht so schlimm. Ach ja. Wenn ich den Revolver beiseite legen. Ich sehe, was für eine Waffe du gekauft hast. Allerdings, allerdings brauche ich jetzt hier das Ritual. Aber ich kann ja hier schon mal die Kiste aufmachen. Wurde gezwungen die Waffe zu kaufen, weil die alle bei mir gespawren sind, während du so geformt bist. Echt? Ja. Eigentlich hätte ich nur noch einen Revolver. Achso, ja. Klar. Knocker ist hier. Schild hab ich auch nicht zusammen und Knocker hab ich auch nicht. Und ich mach grad Dickey Dickey. Echt. Scheiße, ich bin grad daneben gesprungen. Na egal. Kiste hab ich jetzt nicht runterholen können. Bin ich dran vorbeigesprungen. Jetzt haben wir eine Runde 4. Das ist eigentlich blöd mit einem Revolver, ne? Bräuchte ein bisschen, Mann. Oba. Ach, ihr nackig, das Ritual. Wie lange dauert denn das, ey? Das ist ja übel. Aua, das war ja so klein. Kommst du dir? Nö. So? Nö. Nö. Gab's jetzt eigentlich einen Nougat? Ach, den hab ich noch gar nicht offen. Scheiße. Alter, ich bin... Nur dann. Oh, der geht wieder zu dir. Puh. Ich hab keine Waffe, Mann. Ja, holt du rein. Weil ich jetzt... Ich bin hier komplett eingesperrt. Dadurch, dass ich... Nee, weil ich da nicht hinkomme. Echt nicht? Nein, Mann. Ich hab's nicht leicht angefuckt. Oh, der Fluch schläft. Ach, nein. Ach, scher. Wichtig denn? Ja, unten drinnen. Unten? Unten, ja. Ach, scher. Da rein. Das ist doch zum Kotzen. Oh Gott, ist schon irgendwo der Riss offen? Ja, bei mir, bei den Autos. Hallo. Ich muss dabei erst die Tür aufmachen. Das Tor ist nämlich noch zu. Deswegen kam ich da nicht raus. Ja gut, ich hab sowieso nix gehabt. Also... Ach, Mensch. Das ist ja voll stressig hier. Gleich wieder. Ja, und die Viecher leben halt auch noch. Pfff... Alter, boah. Das war knapp, Mann. Oh. Der haut den Nübel, ey. Pfff... Du, lass den mal wieder leben. Nee, ich kann das Ritual nicht machen. Was für ein Ritual? Ja, hier. Ich kann die Tür nicht aufmachen, wenn der noch lebt. Achso, du musst dir erst mal die Waffe besuchen. Weil, wenn ich das tot mache, ist noch eine Runde, du. Dann müsst ihr mit dem Revolver weiter rumstochern. Jetzt weiß er nicht. Warte mal, dann lass mich mal kurz, äh... Geh vorne am Abend anfangen, die Shotgun holen. Ja, da brauch ich 57, da muss ich den noch einmal kurz anschießen. Warte. Hier, hier, oben bei mir ist einer. Guck mal her. Ja, wo bist denn du jetzt? Da. Hier, hier, hier. Die hat sich ganz... Oh, noch einer. Oh, ja, zwei Stück. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ach, da. Warte. Ja, los. Ich komme ja schon. Oh, Gott. Was, schon? Der ist mir entgegengelaufen. Ich könnte natürlich... Habe ich schon eine Spritze? Nö, ich habe eine Spritze. Tu, jetzt erst mal die andere Tür hinten. Ja, toll. Läuft dann. Du, das Schildteil, dann kannst du gleich mal Schild bauen. Warte, bock. Äh... Ja. Hast du den Flug schläft? Scheiße. Nein. Ja. Oh, das... Nee, warte mal, warte mal. Nee, nee, das Schild können wir noch bauen. Stimmt, das hätte ich eigentlich einsammeln können, ich Idiot. Warte. Ey, mein Flug schläft. Nein, ich hole das Schild. Warte kurz. Nichts machen. Die Tür ist zwar zu, aber ich bin ja von hinten rein. Habe ich das gesagt? Bin ich schon über den Weg dorthin? Ja, guck mal hier. Ja, ich bin... Was soll das hier? Du bist ein Trops, Alter. Echt. Ja, weil ich vor der Tür gekauft habe. Ja, aber warum denn? Wäre doch jetzt egal. Ich habe doch nicht gewusst, dass du hinten rein bist, deswegen. Ja, ich bin... Also, mein... Mit sowas muss ich arbeiten, Nester. Boah, Alter. Hinten ist am schönsten. Was? Ja, habe ich gesagt, dass das so ist? Ja, gut. Hab ich. Hier, dein Flug ist da. Was? Setz dich unten. Ich habe den Flug schon benutzt. Deswegen muss die Runde beendet werden. Hörst du mir überhaupt zu? Ne. Ich merke... Oh, das lohnt sich zu ärgern. Ne? Ich hoffe... Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Zeichen noch im Kopf. Nicht von denen... Ach, Zeichen. ...dass ich nicht die... ...die Zeichen von den anderen Runden im Kopf habe jetzt. Zeichen mal, was redest du? Äh, äh. Hat er keine Folgen? Boah, warte mal. Wir kriegen dafür Geld. Das hier, das hier und das hier. Meine Kuh ist da leer. Hast du es offen? Ja, ich habe es offen. Oh nein, ich hätte die Kiste doch gleich aufmachen können. Was für ein kranker Scheiß. Oh, Kackstift. Oh, Kackstift. Einen Kackstift hast du ja. Ach, das ist doch... Ich habe kein Geld für Munition. Das ist doch behindert. Oh, fuck, ey. Ich wollte mir gerade alle schön am Arsch. Oh, ich habe meine Tagesaufgabe fertig. Ich überspringe mal die rechte Verlesung und lege... ...150 Möpse mit, äh, der Schrottfinde. Möpse? Habe ich erledigt. Was für Möpse? Möpse, habe ich Möpse gesagt? Kann ich das jetzt als Tech verwenden? Möpse gesagt. Möpse? Mag Hunde. Ja, ich auch. Du hast dein eigenes Todesurteil unterschrieben. Ah, hast du das Theater schon offen gemacht? Nein. Oder? Doch. Nee. War es mal, du, du, alles fertig. Fönix nehme ich. Wurst ich mit das Ei hier, komm mal. Fönix nehme ich nicht. Warte mal. Alles züchtig. Ist das hier hinten schon offen? Die Kiste ist ja auch noch zu. Sag mal. Puh. Bada-ba-ba-ba. Bada-ba-ba.